Er ist natürlich der German Remix Group und er wird uns dort ein bisschen Mucke auf die Ohren geben, die natürlich auch was mit Retro zu tun hat, sonst wäre hier ein bisschen falscher Platze. Und zwar wird er uns ein Mega-Mix präsentieren aus Remixes von Retro und Pop sowie Mesh-Ups. Was das heißt, dieser sperrige Titel, das werdet ihr gleich hören. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit Mitch van Heiden. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.